Herzlich Willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog auf meinem Kanal GAMERX. Heute ist KSC gegen FC Kaiserslautern. Heute leider nicht beim Fanmarsch dabei gewesen. Heute ist Derby-Time, deswegen bin ich hyped, Stadion bis auf 200 Plätze oder so ausverkauft. Jetzt geht es erstmal zum Stadion und jawoll, Hype. Ihr könnt auch sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, Kodos abchecken. Danke auch für den krassen Support beim letzten Vlog gegen HSV vor 5 Wochen. Das Ding hat einmal 3000 auf. Darüber freue ich mich sehr, bin euch sehr dankbar. Lass mal heute genauso viel Action da, schreibt mir da auch Kommentare. Ja, jetzt auf zum Stadion. Ey, man merkt so krass, dass Derby-Time ist, weil, Digga, hier fährt jede zweite Sekunde Polizei rum. Und man hört schon Stadion und bin schon gleich da. Ja. Ihr hattet mir noch ein paar Sachen in die Kommentare geschrieben, die ich machen soll. Wer die Kurve filmt, kommt auf jeden Fall. Ja. Ansonsten ein Kuss für die geilen Kommentare. Das macht einfach Spaß, hier durchzuwiesen. Macht einen sehr glücklich. Ja. Da sind wir. Angekommen am Stadion. Jetzt direkt rein. Heute ein bisschen spät. Ähm, es ist schon halb eins. In halben Stunde ist es schon. Der Anpfiff, deswegen gab es noch kein Feldmarkt. Ja. Aber, alles Wichtige, werdet ihr mitbekommen. Ich habe schon die Aufstellung gesehen. Stimmel ist nicht im Kader, Mann. So eine Kacke. Warum? Warum kann er nicht wenigstens auf die Bank gehen? Ja, ich sehe hier schon ein scheiß kaltes Lauderfest. Kaltes Lauder. Tuchensäge. Hey, hey. Darauf freue ich mich. Heute wird safe wieder eine geile Choreo geben. Ja, da sind wir noch. Wir haben die Kaisers Lauderfest. Da gibt es auf jeden Fall wieder das große Choreo. Bei dem, was wir jetzt auch gesagt haben, ist auf zwei Platten. Machen sich schon schön warm, alle. Stimmel ist die Kader. Ich kann kurz mal ab. 17 Jahre und 14 Jahre und 15 Jahre. Und, heißt sie. вот die 48 Minuten dafür stehen. Und, was ich mich nicht eher erinnere? Die Welt beim Karolounen geben. Die Welt bleibt heute draußen mit unseren Cheben und wir schauen.... American klar если muss man nicht weitersehen. Das ist nämlich unsere beste da und schon bei einem Anbrechen hier. Danke! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Vielen Dank. 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 No. Yeah. No. No. Yeah. 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 Scheiße auf meine Fluss! Die Monizel! Die Monizel! Die Monizel! Jawoll, ab in die Pause! Meine Haste dann gerade gewonnen. Ich habe meine Wurst geschnackt. Und ja, ganz am Fazit war bei Elfmeter gewesen. Von der Grandmannschaft. Verdient 1-1, also passt die Leute besser. Aber sie nutzen die Chance halt nicht. Auf besseren, auf eine... Auf der zweiten Halbzeit so gesagt, dass sie die Chance besser sind. Ja, auch so. Ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Auf der ersten Fluss... ...mal den Fluss zu holen. Und jetzt... kann sie fahren? Ja. Oh, oh, oh! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott! 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 Geil, 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 Geil! Geil, 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 Geil! Geil, 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 Geil! Geil, 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 Ge Es ist echt gut nachgezahlt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.